Das ist ein guter Wagen. Bin gespannt, wie er sich fährt. Ich kenne ein paar Leute beim Showdown. Kann dir ein paar Rennen klar machen. Und auch gleich überprüfen, ob der Wagen so läuft, wie er soll. Was... Wohin jetzt? Dir stehen mehrere Rennen zur Auswahl. In Downtown gibt es vor allem...